Hallo Leute, herzlich willkommen zum Spandauer Dodo Wars Info Video. Dodo Wars ist Hunger Games in Ark, ihr kennt vielleicht Varro, das in Ark. Das Ganze gab es schon 2016, allerdings sehr abgespeckt, sehr klein. Wir haben die Map begrenzt, es waren Dena, Izzy, Tenendo und ich dabei, also zwei Teams. Und damals hatten wir ein paar Probleme, denn auf der einen Seite wurde Ark, ja Ark war noch nicht fertig entwickelt, war noch nicht released, da hatten wir einige Probleme, ob Performance oder Bugs bezogen. Auf der anderen Seite gab es Probleme, die wir so im Vornherein noch nicht beurteilen oder erwarten konnten, die dann erst im Laufe des Projekts aufgetreten sind. Das alles ist jetzt in meinem Brain drin, habe ich verarbeitet. Ich habe mich auch mit ein paar Ark-Pvp-Experten auseinandergesetzt, gemietet, um dieses Regelwerk zu erstellen. Grüße gehen raus an GhostlikeK und Gato. Und in diesem Video erfahrt ihr nicht nur das Regelwerk, sondern auch, wer noch dabei ist, sind nämlich mehr, und wann es losgeht und folgendes, nämlich ist das jetzt Dodo Wars 2? Nein, ist es nicht. Ich habe bewusst das Ganze jetzt noch im Rahmen gehalten, nämlich mit meinen Spandauer Kollegen. Ursprünglich war es geplant mit dem Spandauer Inferno, die Jungs haben aber dann doch keinen Bock gehabt und deswegen machen wir es jetzt mit anderen. Trotzdem aber in meinem Spandauer Umfeld, das heißt Leute, die ich nicht jeden Tag begegne, mit denen ich, die ich genau kenne, denn auch wenn ich jetzt alles nochmal überarbeitet habe und durchdacht habe und ihr habt jetzt schon mitbekommen, ich hatte es schon vor Wochen geteased, es hat jetzt ein bisschen gedauert, ich bin recht zuversichtlich. Trotzdem will ich jetzt nicht gleich große YouTuber anfragen und mich in dieses Projekt stürzen. und es entstehen dann Fehler, die, ja, die dann dazu führen, dass das Format nicht funktioniert. Also ich will jetzt einen Testrun machen, unter gleichen Bedingungen, wie ein Dodo Wars Offiziell 2 dann stattfinden würde, nur eben mit Kollegen, Freunden. Ja, damit niemand butthurt ist, damit niemand auf den anderen schaut und sagt, aber damit kein Concrafter um die Ecke kommt und Mr. Morgame an den Pranger stellt und die sich biefen wie Kleinkinder, beziehungsweise in dem Fall eher Concrafter, den Mr. Morgame. Grüße gehen raus, du Lappen. Ähm, ja, das ist quasi der Plan mit diesem Format. Das Ganze wird hier auf dem Zweitkanal stattfinden und bei den anderen Teilnehmern, aber nicht auf meinem Hauptkanal. Es wird fünfmal die Woche stattfinden, das heißt am Wochenende wird pausiert, es wird wieder abwechselnd aufgenommen, aber ich glaube, das steht hier auch noch, wir gehen jetzt direkt auf das Regelwerk ein. Und im Anschluss findet die Team-Auslosung statt mit den anderen. So, jedes Team hat zehn Teamleben. Warum? Letztes Mal hatten wir mehr. Es gibt jetzt eine neue Regel. Jedes Leben wird nur beim Tod durch einen anderen Spieler abgezogen. Liegt daran, ähm, klar, es, äh, stellt auch eine gewisse Schwierigkeit dar, sich vor der Umwelt von Ark, ja, vor Dinos, Fallschaden und Hasse nicht gesehen zu schützen, beziehungsweise daran zu denken, ist aber nicht der wesentliche Aspekt, ähm, des Formats und, ähm, ich habe zum Beispiel sowas wie Bolas im späteren Verlauf, gehen wir darauf ein, deaktiviert aus bestimmten Gründen, was zum Beispiel einen am Anfang viel anfälliger für Raptoren macht. Es gibt einfach ein paar, ähm, Dinge, die das Leben schwieriger machen gegen Dinos und so weiter. Wir wollen den Fokus auf PvP legen, deswegen verliert man nur Teamleben, wenn man von einem Spieler getötet wird. Man hat auch so Nachteile, wenn man stirbt, keine Frage, man muss seinen Loot finden, Zeit geht flöten, eventuell verliert man sein Equipment, das ist für mich Strafe genug in diesem Format. Pro Folge darf nur ein Teammitglied nur einmal getötet werden, ähm, also jeweils aus jedem Team, jedes Teammitglied nur einmal. Ähm, es sei denn, ein Teammitglied des schon getöteten Teams greift einen gegnerischen Spieler erneut an. Also wenn ich jetzt hingehe und, äh, den Alex, Cavalierpirat, wegballer, darf ich ihn in dieser Folge nicht nochmal töten. Wenn er aber mich erneut angreift, nachdem ich ihn getötet habe, darf ich ihn nochmal töten. Ähm, wir wollen da quasi Camping entgegenwirken. In die Base darf eingebrochen werden, es darf allerdings pro Raid oder Folge nur eine Kiste Smithy und andere Möbelstücke oder Dinge, die was, ähm, speichern können, gelootet werden. Also, Tresore, nee, haben wir gar nicht. Egal, ihr wisst, was ich meine. Sollten durch Explosionen oder ähnliche, äh, oder ähnliches mehrere Sachen zerstört werden, darf auch nur eine der Lootsäcke, darf auch nur eine der Lootsäcke eingesammelt werden. Das heißt, wenn wir jetzt da Raketen, Granaten, keine Ahnung was, reingeschissen haben in die Base, alles geht flöten, dürfen wir in alles reingucken, aber nur aus einer Sache den Loot nehmen. Aus einem Drop. Ähm, ja, einfach damit man nicht die komplette Grundlage nimmt. Jetzt kommt eine wichtige Sache, denn bei Dodo Wars 1 ist das Projekt in die Brüche gegangen, weil genau das passiert ist. Marcel und ich haben Granaten bei Dena und Isi reingeschmissen. Deren ganze Base oder deren ganzen Schränke sind zerstört gewesen. Wir haben nur eine Sache gelootet, glaube ich. Aber ich weiß nicht, wie da genau das Regelwerk war. Auf jeden Fall war es dann so, dass aber alles despawned ist, weil nach 10 Minuten jeder droppt despawned. Wir hatten dann eine Aufnahmepause, wollten die nächste Folge aufnehmen und denen wurde jegliche Grundlage genommen. Kommt später noch dazu. Ähm, ich glaube hier unten. Ähm, da haben wir Loot League 2 Stunden. Ja, das behebt dieses Problem. So, Respawn beträgt 30 Sekunden. Einfach damit man direkt nicht wieder, wenn man gestorben ist, Respawn in seiner Bude bei einer Belagerung und direkt wieder reagiert. Ja, dass man ein bisschen bestraft wird auch, wenn man, und die Angreifer auch Zeit haben, ähm, dann das auszunutzen, wenn sie einen getötet haben. So, jetzt kommen wir schon zu dem Finale, aber danach schlüssen sich noch viele Regeln auf. Das ist jetzt quasi nur die allgemeine Regelung, wie ihr schon seht. Wenn nur noch, also wir werden insgesamt drei Teams diesmal haben. Ich will einfach nicht diesen Faktor zwei Teams haben, weil dann ein Team snowboilt, war auch bei Dodo Wars 1 der Fall, und dann das Format eigentlich vorbei ist. Mit drei Teams, ähm, entsteht eine neue Dynamik, die quasi simuliert, wie es auch mit acht sein könnte. Wenn nur noch zwei Teams leben, kommt es zum Finale. Also jetzt, wenn ein Team komplett weg ist, haben keine Leben mehr, wird direkt das Finale ausgewirkt, äh, ausgewirkt, von den beiden übrigen Teams. Es wird dafür eine Arena präpariert, mit jeweils einem Spawnplatz für jedes Team. Für jedes verbliebene Leben vor diesem Finale erhält ein Team ein volles Rüstungsset für jedes Teammitglied. Das heißt, die Leute, die, es wird wahrscheinlich ein Team geben, was besser dran ist, weil es mehr Leben hat, besser dasteht, und demnach wahrscheinlich auch das dritte Team ausgeschieden ist. Wir wollen es deswegen mit einbeziehen in diesem Finale, dass das fair betrachtet wird. Das heißt, diese Leute haben einen Vorteil. Denn es ist quasi ein Deathmatch. In einer Folge werden wir dann eine Arena bauen. Man kann vier Dinos mitnehmen, jedes Team. Man hat zwei Lagers, die nicht angegriffen werden können. Ja? Und, ähm, dort wird man dann immer respawn. Man kämpft gegeneinander im Deathmatch quasi. Man respawnt die ganze Zeit, geht wieder rein, kämpft, respawnt, geht wieder rein, bis es keine Teamleben mehr gibt. Und damit das Team, was im Vornherein sich, ja, ordentlich herauskristallisiert hat, als ein gutes Team und auch belohnt werden soll, dass es mehr Teamleben hat, bekommt man für jedes verbliebene Leben ein volles Ausrüstungsset. Denn dadurch hat das Team, was mit mehr Leben in dieses Finale gegangen ist, also vermutlich besser da stand im Vornherein, ja, auch quasi gesichert Ausrüstung. Ja? Wenn jetzt das schwächere Team die wegboxt und dann nur noch Leben abfarmt, weil die keine Ausrüstung mehr haben, ergibt dieses ganze Finale keinen Sinn. Daher hat einfach jedes Team so viele Ausrüstungssets wie Teamleben. Und, ähm, man muss es dann natürlich, ja, muss dann schauen, wie man sich damit anstellt. Wenn Agba im Spieler abstürzt, hängt, teilt er dies im Global Shed mit, woraufhin alle ihre Aufnahmen sofort pausieren. Das sind so Sachen für uns. Eine Base muss mit einem T-Rex erreichbar sein. Denn wir werden Flugdinos ausstellen für uns, wird es wieder nicht geben. Ähm, und demnach könnte man sich eine Base aufbauen, die von Land super schwer zu erreichen ist, super eng, ähm, sehr weit oben. Und der T-Rex ist quasi das Maß, was erfüllt sein muss, damit eine Base zugänglich ist und regelkonform ist. Ja, dann kann man zum Beispiel auch keine Unterwasser-Base bauen, weil ein T-Rex kommt da nicht hin, weil der auf dem Weg stirbt. Weil der ertrinkt. Egal, wie krass er ist. Ablauf. Die Teams werden in der ersten Folge gewürfelt. Das nehmen wir mal raus, denn das, äh, findet jetzt gleich statt. Vorher. Zack. Die Spawn-Zone für jedes Team wird zufällig gewürfelt. Zur Auswahl stehen Jungle North, Mid und South auf der Map, The Center. Das ist der spielbare Bereich. Das wird in der ersten Folge gewürfelt, wo man spawnt, damit man sich darauf nicht vorbereiten kann. Ähm, spielbarer Bereich, genau. Zur Kommunikation der Teams untereinander ist während der Aufnahme, ähm, der Push-to-Talk-Local-Voice-Shed an. Das heißt, wenn wir jetzt, in der Nähe von dem Team stehen, können wir mit Push-to-Talk mit denen reden, ohne im selben TS-Raum zu sein. Können wir aber auch meiden, ähm, damit wir uns ransneaken können. Wäre der durchgehend an, könnte man sich nicht ransneaken und nicht kommunizieren innerhalb des Teams. Ja, das sind so Sachen für uns. Gamma-Einstellungen zu verändern ist verboten. Das heißt, wenn Nacht ist, ist Nacht, Junge. Da kannst du auch nicht hell stellen. Grafikeinstellungen müssen gleich sein. Da werden wir uns abstimmen, wer den schlechtesten PC hat. Ähm, einfach damit wir gleiche Grafikeinstellungen haben. Denn es kann sein, dass einer die Grafikeinstellungen so eingestellt hat, dass er den anderen nicht so gut im Gebüsch sieht, wie er mich. Ne? Ihr kennt das vielleicht von PUBG. Ähm, da gibt es ein paar Kniffe. Wir wollen einfach nur, dass die gleichen sind. Alles andere ist egal. So, in Caps darf nicht gebaut werden. Deaktivierte Items sind Buller, Fabricator, Flakrüstung und Metallstrukturen. Das heißt, alles ab Fabricator und was mit Metall zu tun hat, also auf Flakrüstung, ist raus. Wir wollen gerne auf T2 quasi bleiben. Ne, T3. Also Stroh, Holz, Stein. Beziehungsweise bei Rüstung Chitin. Ja, ähm, denn wir wollen quasi nicht dann mit Rocket Launchern und Turrets und sonst was arbeiten. Wir wollen richtig schön ehrliche Handarbeit auf die Fresse. Ja, ähm, die Flinte ist quasi das Maß aller Dinge. Ja, oder die, die, ähm, Standard-Schrotflinte, also nicht die Pumpe. Ähm, und das ist so das Cap. Weil ansonsten wird es unverhältnismäßig zu den Dinos, wo wir eine bestimmte Max-Stufe eingestellt haben, damit die einen nicht allzu hart im PvP, äh, PvE wegmachen und so weiter. Wir haben ein bisschen rumgetüftelt und uns beraten, sind einfach dazu jetzt gekommen. Ähm, auch wird das Format wahrscheinlich gar nicht so lang dauern, ähm, dass wir dann krass zehn Jahre mit Halb haben, um krasse Auto-Turrets zu haben. So, wir wollen dafür den Fokus aufs Wesentliche haben, wollen diesen neumodischen Kram nicht dabei haben und, ähm, wollen auch einen Cap haben, weil sonst rennt vielleicht doch irgendwer zu krass weg. Ähm, deaktivierte Dinos, ähm, das sind quasi diese Möwen, die einem immer Sachen klauen am Strand. Trodons, weil die einfach nur zu Imbalance sind. Giga und Titano, die sind da in der Region, glaube ich, eh nicht. Trotzdem nehmen wir es raus, sind auch zu OP. Nicht zehnbare Dinos. Tericinus. Ja, das sind die mit den langen Klauen. Die sind da, einfach damit sie eine Gefahr darstellen im PvE, sind aber nicht zehnbar, weil man die auch sehr stark abusen kann. So, Movement Speed ist automatisch auf 120, somit kann man schon den meisten Dinos wegrennen. Kann aber nicht gelevelt werden. Grund dahinter ist, theoretisch könnte man bei ARK nur Movement Speed zum Beispiel leveln auf 180 und rennt halt allem weg. Wenn du dann keinen, ähm, Flugdino hast, ist ein bisschen sinnlos. Ja. Ähm, Züchten ist deaktiviert. Server Stats. Eigentlich wie bei Dodo Wars 1. Taming mal 8, das wurde ein bisschen erhöht, einfach damit wir, nicht, damit ein Team nicht, eine ganze Aufnahmesession einplanen muss, um einen T-Rex zu zähmen. Ja, äh, unter den Settings braucht ein Bronto, der so Level 70 ist, 35 bis 40 Minuten. Das wären zwei Parts. Das ist cool. Ja, ohne Kibbel. Ähm, und das ist ein guter Wert, wo wir denken, okay, krasse Viecher dauern halt schon. Du wastest viel Zeit für das Format, ähm, innerhalb dieses Formats, aber hast du noch einen krassen Dino, wenn's klappt. Also, mal 8 ist so der Mittelwert, wo wir uns drauf geeinigt haben. Ist noch kein Speed-Pvp quasi. Ähm, ja, Harvest mal 3. Maximale Dino-Spawn-Level ist 65. Daraus ergibt sich dann auch ein gewisses Max-Level, wo wir auch gesagt haben, das ist cool, damit können wir arbeiten, damit wollen wir arbeiten. EP mal 2, Hunger, Durst, ähm, nur halb so doll. Die Nacht geht doppelt so schnell. Der Tag geht ein Drittel langsamer, ein Viertel langsamer. Leichenverfallzeit 2 Stunden, Loot-League 2 Stunden, einfach damit man genug Zeit hat, wieder einzusammeln und zwischen den Parts, wo man vielleicht mal eine Pause macht, nicht alles weggespawnt ist. Wiedergeburt-Delay stand doch schon oben, 30 Sekunden. Es wird eine Mod geben, die ist lediglich dafür da, dass, ähm, man Plant-X-Samen bekommt. Denn in dem spielbaren Bereich gibt es keine Plant-X-Samen zu sammeln. So, das war das Regelwerk. Ich hoffe, ich habe alles erklärt. Ihr merkt schon ein paar Sachen, wie zum Beispiel das Dino-Level oder warum wir jetzt Fabricator und so aushaben oder gewisse Dinos. Das sind alles Dinge, die müssen nicht unbedingt sein für dieses Format. Wir haben uns aber einfach darauf geeinigt, weil wir, es ist immer noch ein Test-Case, wir wollen uns langsam rantasten und wir wollen uns auch bei ARK aufs Wesentliche konzentrieren. Deswegen auch die Regelung, dass Team-Leben wirklich nur im PvP abgezogen werden. Ähm, ich kann verstehen, wenn Leute da es anders lieber gehabt hätten, aber ich denke, ähm, overall sind das schon sehr gute Regeln und wir haben viele Dinge bedacht. Beim Finale müssen wir mal gucken, ob das wirklich dann sich so äußert, wie gedacht. Aber ich bin guter Dinge und jetzt geht es weiter mit der Team-Auslosung. Viel Spaß. Bei mir im Team-Speak befinden sich Eis ohne Waffe, Johnny, Krokettenkalle, Kavalierpirat und Mori. Jo, jo, jo. Also absolute A-Besetzung, wie ihr schon merkt. Ähm, und ja, ihr seht schon, ich habe hier ein, ein hervorragendes Tool mir rausgesucht, um die Teams auszulosen. Wir haben hier ein Pool an Leuten, die mitmachen. Wir losen nacheinander den ersten Kandidaten für Team 1 aus, dann für Team 2 den ersten, dann für Team 3 und dann jeweils den zweiten Kandidaten für Team 1, Team 2 und dadurch dann auch feststehen Team 3, um die Spannung zu erhöhen. Das heißt, ich klicke jetzt hier auf Auslosen und der erste Kandidat für das erste Team der Spandauer Dodo Wars ist Das ist cringy. Okay, sorry. Johnny! Kann das, kann das wer aufschreiben im Team-Speak? Achso, ne, ich mach das in 2 Wochen. Ich schreibe es auf, ich schreibe es auf. Also im Team-Speak? Ja, damit man eine Übersicht hat. So, Johnny ist aus dem Pool. Der erste Kandidat für Team 2 ist Trommelwirbel-Mori. Geil! Kalle! Oh, Alter! Das ist Kalle auch nicht. Gut, dass Kalle extra in ein Studio gegangen ist, damit das nicht so komisch ist. Und jetzt einfach komplett kacke ist. Okay. Ja. Äh, so, Kalle, Geil, ich hab Kalle schon mal nicht im Team. Yes! Der, der erste Kandidat für Team 3, ein Olaiti von Alex, Olaiti! ist Mori! Hey! Alter, wer schreit hier immer so und übersteuert? Ich war das, glaube ich. Okay. Ich weiß es mal nicht. Mori mit seiner Kopfstimme, kennst du das? Das heißt, jetzt kommt der zweite Kandidat für Team 1, das heißt, der Teamkamerad von Johnny Schmidt Johnson wird sein Eis ohne Waffe, Kavalierpirat oder Hint of Blood? Kavalierpirat! Juhu! Ja, dann geh schon mal trainieren. Du brauchst gutes Kreuz zum Carrying, ne? Das heißt, ich hab Kalle oder Mori als Kollegen. Worst Case für Hanno. Auch geht's. Kalle, wie viel hast du schon gespielt, Dodo Wars? So 35 Stunden oder so? Ja, jetzt ist doch... Also, das heißt, jetzt wird mit einem Schlag gewürfelt, wer der Kamerad von Kalle ist, also Team 2. Bitte zu Kalle, bitte zu Kalle, bitte zu Kalle. Und der, der nicht, der, der hier jetzt nicht ausgelost wird, ist automatisch bei Mori im Team. Also, es wird ausgelost, der Kollege von Kalle und der ist... Kalle, 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 Kalle. Eis ohne Waffe. Das heißt, ich bin bei Mori. Ja! So. Mori suchtet von euch gerade am meisten, ihr unterschätzt ihn. Ja, das sind die, das heißt, ich schreibe hier nochmal auf. Team 1, Johnny mit Alex, also Kavalierpirat. Team 2, Kalle mit Eis ohne Ehre. Team 3, Mori und Hanno. Das sind die Teilnehmer und die Teams für dem Spandauer Dodo Wars. Wir sind sehr gespannt. Wir geben noch Kund, wann die erste Folge released wird. Es wird bald sein. Es wird aber nicht morgen sein. So nach dem Motto. Und wir melden uns nochmal. Tschüssi. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Ja, tschau. Tschüssi.